Moinsen! Guten Abend! Wir spielen heute Volley Pals. Und du bist mein Pal. Okay. Also nicht gegeneinander? Ach so. Oh mein Gott. Hey, warte mal. Das bist doch du. Bitzig! Danke. Ja, ich bin Mini. Können wir trotzdem irgendwie Bots adden? Nein. Oh, das ging doch schon grad ganz kurz noch add Bots. Du bist so beautiful! Du auch! Danke! Krebs immer schammeln. Warte, wie geht das? Wie bist du gesprungen? Mit A. Aber wie schlage ich den Ball? Mit springen wahrscheinlich einfach nur. Wow, Eigentor! Nice! Kann ich emoten? Nein. Ja, das ist so unfair. Die Krebs! Krebse können das auch. Dump! Boah, der Krebs hat mich gerettet. Oh nein. Oh nein. Man darf den nur dreimal hinten, ne? Ja. Ja, genau. Nein! Kann ich emoten? Nein. Ach komm schon. Das ist unfair. Wie gesagt, die kann der Dump zu mir aber selber zu doof dafür. Dump! Das ist doch lächerlich. Dump! Dump! Danke, dass du mir nicht geholfen hast, Krebs. Oh, das war ein schöner. Das war ein schöner Ball. Ich hab mir jetzt nicht einmal, dass es hinbrecht. Dann hätten wir weniger Minuten nehmen sollen. Das sind wirklich lange Minuten. Noch einmal! Oh mein Gott. Es geht schon 8 zu 2. Oder ist es ein 3? Ich kann es nicht sehen, wenn du es rechst. 9 zu 2 oder 3. Ich weiß nicht, was die Tasten bedeuten. Von den Boten. Von Boten. Oh, so einen wollte ich nicht gemacht haben. Nice! Team Riot 1. Wupp, wupp, wupp. Warte, wie macht die das so? A new code has been unlocked. Nice! Ja bitte nicht auch Mini. Nimm nicht ganz viele Minis. Ich weiß nicht, wie ich dir endere. Oh mein Mann ist alles voller Minis. Oh, in der Library. Hey, ich hab nicht aufgepasst. Was soll das? Wer bist du denn jetzt? Warum spielen die alleine? Wir spielen alleine. Wir spielen nicht mehr mit. Die Boten haben das Rennen. Danke. Au. Es regnet, oder? Ich hab den Ventilator auf deine Seite geschoben. Oh, das Geräusch von dem Ventilator. Das ist auch furchtbar. Lass aber den Bot alles machen. Das ist ja eigentlich so ne Dschungelmusik. Ich mein es nicht. Keine. Boah, der Affe macht mich wütend. Lumpf zufüllen. Warum bewegt das dich mit? Hä? Hä, warum weinen wir? It's a draw! Gott sei Dank, können wir bitte aufhören. Achso, weil wir zwei Minuten hatten, ne? Können wir bitte aufhören? Gehen jetzt nicht mehr. Das war... Ne, müssen wir nicht machen. Obwohl Mond könnte funny sein, aber machen wir jetzt mal nicht. Okay. Das war Wallipelz. Ein atemberaubend tolles Spiel. Okay. Ja, von 1 bis hin. Wie toll fanden sie es? Null. Schade. Ja. Ja.